yo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt von let's play force und das ist unser halt die schnauze halt die schnauze und wir versuchen es jetzt schon ein paar mal das ist mir aber scheißegal wir machen es jetzt und schluss ist und ja ich spawne jetzt direkt bevor ich schon wieder gekickt werde hier alter wir spielen battlefield und das ist unsere erste ja und bevor ich es vergesse begrüßen wir doch die anion autoris in die tasse der radar aus neo ich war nicht wenn du jetzt ein gegner team bist dann braucht es wieder schon wieder nichts hier mit der aufnahme und ich lösche alles und ich lösche dich aus der ts3 und du brauchst das kann ich hier joinen als delta ich schneipe dich oh nein oh oh ja ja ich hab dich nicht aber auch nicht viel zu haben die ganze zeit schon das ist ein feindlicher panzer westlich der der schnellung Das ist das dritte Wendt. Wenn ihr euch dieses Let's Play anschaut, direkt 3-0. Boom. Naja 3-1 eher gesagt, weil ich bin hier tot und kein Schwein wird mich jetzt wiederbeleben. Neoradar, kann jemand Neoradar rausschmeißen? Weil er im Gegner-Team ist, absichtlich und mich snipen muss. Was heißt hier absichtlich? Was machst du absichtlich jedes Mal? Ja, ich bin in deinem Spot. Wir haben gerade Einsatzziel Alpha neutralisiert. Oh schade, das sieht gerade nicht aus. Nur weil die Telefon ist. Ich habe einen feindlichen Panzer gerichtet. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziele. Wir stehen jetzt noch beim Einsatz. Äh, 1-5. Da hat der Huber aufgenommen. Kommt doch weg. Ne. Alles bezahlt. Einsatzziel, Charlie ist verloren. Ganz gemütlich. Fest nicht von dir, das ist ein feindlicher Soldat. Hauptsache ja ganz gemütlich, Alter. Und ich sehe keine Gegner. Und ich sehe... Ich sehe... Ah, da drüben. Delta. Ich fehle. Ja, ich sehe die Scheiße. Also ich hab da aber getroffen. Ich hab so die Scheiße hier schon gedacht. Und warum... Wie hat der Scheiß-Tank hier mitgebracht jetzt? Wer zum Teufel ist die denn? Ich bin dein Meister. Ich bin dein Meister. Bum! An alle! Einer, die hier in Charlie wurde neutralisiert. Haha! Der war dann ja weggeraufen. Warum müssen wir so viele legen? Warum müssen wir die Teile machen? Weil sie alle nicht killen wollen und die ganz gerne laufen. Ja, wir sind ein Meister. 11, 6! Das rennt ja eh nicht. Ich hab mit feindlichen Soldaten genau nördlich deiner Position gesichtet. Ich bin auf sie mit dem Traine. Das sind wir immer wieder un... Das man auch irgendwie das Traine nicht zurückziehen kann in die Zeit nicht. Das man da hat. Ja. Das kann das ein Mensch schon sein. Ich weiß nicht. Ich kann mich im Moment nicht von Fleck gewinnen. Irgendwann bin ich total doof. Warum? Ich weiß nicht, ich komm mit der Steuerung. Ich hätte jetzt mit der Zwei-Quiz landen. Irgendwann kann ich nicht vollkommen. 1-10-Alpha unter Neutralität. Das ist so weit, ich dachte für die Scheiße hier schon wieder. Zum Teffel bist du hier. Wer? Warte, ich weiß nicht, dass ich... Ich hab' den Fluchstimmer gemacht. Oh! Was sagt er? Jetzt frag ich mich, wie ich das jetzt sehen kann. Ich bin auf A-Stellen. Ich werde das nicht gewissen. Das sind die Leute, die du snipst, die du auch so dermaßen auf die Kieks gehst, die werden die wandern. Genau! Einsatz in Schaden und jetzt unter unserer Kontrolle! Jetzt legen wir einen Alter, wie diesen hohen Zeit? Schreiber! Ja, sowas macht die Hüfte jetzt auch, Serb, ja. Alter, warte mal das. Leute, habt ihr vielleicht ein bisschen Bock auf Hele fliegen mit mir? Wenn wir dich abstürzen? Ich gerne. Äh, ich... Warte, ich muss hier nun... Nee, ich bin hier ein bisschen festgefahren. Okay, ja. Kannst entscheuen. Hey, Delta, weißt du was ich das nächste Mal mache? Wasser. Ich schnau' jemanden... Lass' den Rücken. Nimmst du links mal ein. Wir haben gerade ein Satz-Tier-Charlie verloren. Wir haben den Wasser-Tier-Lasch-Tier-Lasch-Tier-Lasch-Tier-Lasch-Tier. Dann hast du natürlich eine ganz... ...und sie sind ja zu Sachen. Ich hab' nicht mehr Kontakt zum feindlichen Panzer. Östlich deine Akku-Heldstelle. Aber das ist doch so hoch. Äh, deswegen... Tank kommt, aber... Tank hat er da auch so irgendwas. Das ist immer irgendwas. Alter. Alter. Er fickt uns gerade. So was vorne. Ich hab' vorhin Tank markiert. Markier' nochmal, markier' nochmal. Ja? Ich sehe den nämlich nicht. Mit... mit R2, also nicht. Ja, ich mein' Squat. Egal wie... Alter. Alter. Rank 82 ZGZ. Was ist das für'n Scheiß-Name, Alter? Boah. Ey, Alter. Das ist ein Let's-Play. Das darfst du nicht sagen hier. Das ist mir echt was für'n Scheiß-Egal. Wenn der das guckt. Wir verlieren einen hier. Was verlieren wir einen? Guckt sich sowieso doch keine... ...Drecksau hier an. So. Ich bin jetzt heute grantig und hab' meine Tage. Und das ist mir egal. So. Boah. Aber Delta, wenn du deine Tage hast, du mutierst zur Frau. Pfff. Leck mich. Nein, Leck mich. Nicht nur die Tage. Ja, das wär' eben. Ich hab' Sichtkontakt zu dem feindlichen Fahrzeug. Höf' nicht deiner aktuellen Stellung. Jupp. Na gut. Bin ich jetzt schon wieder... Bin ich jetzt schon wieder... Ja, gib mir bitte hier Rückenleckung, wenn ich Sehrücken will, hinten links. Östlich deiner Stellung ist ein feindliches Fahrzeug. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Ja, ist sowas halt klar. Ne, ich finde nur, man sieht einfach keine Gegner. Ja, wegen den Häusern. Ne, nicht wegen den Häusern. Ich... Ich hab' das Kacke. Wir haben gerade die Kontrolle verämmt. Wo ich aber... Ich hab' die Krise. Ich hab' die Krise. Ich hab' die Krise. Nee, er kriegt die Krise und feierst du. Ich hab' die Krise. Ich hab' die Krise. Garten. 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 Lachen. Und ich werd' schon wieder angehandelt. Und ich kann mich nicht verteidigen, oder? Da ist'n feindlicher Fassel. Feindlich deiner Stellung. Ich krieg noch einen Hatz. Wow! Mach zu, die hast ne Kasten, ey. Warum redet er eigentlich das nicht mehr? Ich zum Teil werde ich improvisieren. Was ist das für eine Scheißsteuerung? Yay! Du hast nur noch 20 Prozent leben. Nur so ganz danke, Neoradar. Wie bin ich jetzt gestorben? Ähm... Du hattest sehr viel geblendet, oder? Ah, seid ihr ruhig. Ah, seid ihr ruhig. Ja. Gut, dein C4. Achso, da bin ich jetzt richtig gestorben? Ja. Ich sage mal... Nein! Ich schätze, dass du mit vollem Körper einsatz dabei bist. Wird das irgendwie langsam richtig scheiße? Was? Sterben? Ich kann kein Test beim Zocken. Wie oft noch? Ja. Was kann ich denn dafür, Snake? Wenn wir gerade hier ein Let's Play machen... Das ist C4. Ich sage, das ist C4. Und das ist wohl so... Ich fasse da nicht weg. Das ist nicht ganz schön. Ist nicht ganz schön... Hm? Versuchen, das ist drauf ist nicht. Ach, ich hab gleich mal ein Boppen, ja. Wow! Echt, ich hab gleich mal ein Boppen. Ich hab da eins zu tun. Die nächste Runde... ... hab eine Schlörter. Also, die nächste Runde ist Rache okay? Weiter noch, oder? Klaa Klaa Ich baller mein ganzes an Leck mich Mh, kenn ich Deswegen hatte ich mich vorher gemütet Sonst hätt ich euch zusammengeschrien Schnellest du das dann zusammen so auf ne viertelstunde Äh? Warum das denn? Also ich bin ne... Von wo? Ich komm von unten irgendwo angeschissen ey Usual in the channel Time down Usual in the channel Neorath Ja dem seine Verbindung ist wahrscheinlich abgekackt Ja, das ist er Warum bin ich denn jetzt Sniper alter Alter und Ich Triff sowieso gar nichts hier Ne Wir haben gerade einsatz viel Oh ja Ja Ich... Ich muss jetzt jemanden töten Wenn ich mir gerade ein Kugel geben kann Achso So langsam Ja Hinter mir Du gehst mir auf den Sack Das ist ja ne Map Du bist immer von vorne Manchmal habe ich gerade schon das Glück Oft bei nur zwei Schuss Das da liegt Das ist ja auch Sinn der Sache Ja 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 Du bist heute so ruhig Was ist los? Was ist los? Letztlich von dir erscheint die Feindler In der ganzen Zeit Nein, ich habe ihn nicht Entschuldigung Ich hätte euch Ich hätte euch uns zusammengeschrieben Hättest du uns zusammengeschrieben? Meine Güte Der Delta tut's doch auch Nein 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 Oh ja Bitte Der hat mich schon viermal geholt Der holt Ja Das ist einfach geil das Spiel weißt du ja ne Manchmal muss da wirklich ein ganzes Magazin rein und der rennt einfach weiter Ja Ich bin da ein ruhiger bis dort Mal lösen Achtung Einsatzei Delta wurde neutralisiert Was such denn jetzt? Solange wir es hier haben Nein Nein Ich bin bei C Die Delta wurde erobert Jetzt war das jetzt zufassig Da scheint ein feindlicher Helikopter zu sein Mössst nicht in der Position Was war denn das? Alter ich hab doch Was ist hier mal der Ziel? Was ist hierher? Werf'n dich deiner Position scheint feindlicher Panster zu sein Ach es hätte dies scheiß Holz wie Das hab'n Jürgen auf Mössst nicht zufrieden Sch*** Ja genau, ich bin doch von meiner eigenen Granate weggeraten. Die ist von, die ist von, wer auch immer vor mir, weil die ist von dem Typen abgeprallt. Ja, ich war vor dir. Oh mein Gott. Die sind zu 10. Leute, das ist wirklich scheiße. Natürlich, Leute, ich weiß das nicht, denn ich kann nicht. Ja, ich hab doch gesagt, die der Map müssen, die müssen. 9, 10. Oh mein Gott, der hat mich jetzt wieder getötet. 8, 10. Ja, hab natürlich, du, die Maschinen, die haben natürlich durchgeschossen müssen. Ich spawne das gar nicht. Ich muss mir nicht draufgehen. Null Tickets. Ähm, guck dir an. Neonadorian, bitte. Oder guck dir einfach nur... Wenn du jetzt eine gute Runde artest, dann verbanne ich dich aus jeglichen Server, ja? Ja, da guckst du an. Guckst du an. Okay, Neo, du wirst gleich in der Rush-Runde im Gegner-Team landen und dann werden wir dich sowas von vermöbeln. Du meinst, wo ich? Ich geh erstmal aus der Runde raus. Aber Leute, hier 4.500 Punkte, ich mein. Ja, warte, ich sagte dann, wie viele Punkte ich hatte. Ich hatte 12.757 Punkte und hab 18.11. Hier 4.000. Nicht insgesamt. Achso, ja, da hab ich 6.000. Mit 18.11. Weiß. Na gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch nicht gefallen. Es war nämlich eine hässliche Runde. Aber bis zum nächsten Mal. Grüßt bitte mal schnell alle. Bye, 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 bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020